Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafus daim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei RIP OF SOULS. Jawohl, es geht wieder weiter. Wir haben das letzte Mal wieder ein paar Dinge noch bekommen. Ah, noch mehr Stärke. Ehh, echt verlockend. Na, wie viel hält man denn damit? 165 Schaden. Eieieiei. 151, das hat sogar 37. Was bist denn du? Eine Hose mit leeren Socken. Juhu. Was, ich habe eine neue Freundschaftsanfrage bekommen? Oh, da freue ich mich aber. Ja, und ich Depp habe die natürlich beim anderen Schaden drin. Ehh, ärgerlich. Egal, ich schmeiß mir einfach einen perfekten Sternförmling da jetzt mal rein. 170,53 haben wir jetzt. 187,84. Ja, wunderbar. Ich werde dann das nächste Mal schauen, dass ich da den sehr guten Stein, den ich schon habe, da rüber haue. Oder den wenigstens mal in die Kiste mal schmeiße. Super, super, super. Ja, und ich weißt du was, ich schaue jetzt schon wegen Waffe. 13, 14, 7, 9, 19, Zweihandschwert. Na, schauen wir mal. Vielleicht wird es besser. Ich stelle einfach mal 5 her. Ich habe noch ein bisschen was von den alten Reagenzien aufgehoben. Einfach für den Kreuzritter, für das Let's Play. Dachte ich mir, ja, kann ja nicht schaden. So, uh, 47,2 Schaden, schon mal mehr. 56,9 gleich. Und wir haben einen Gewinner. Sehr schön. Dann machen wir jetzt. Wow, um über 110 sind wir jetzt im Schaden gestiegen. Einfach nur geil. So, die Sachen werden kaputt gemacht. Wir reparieren da mal. Und das Schwert wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern das kommt hier in die Truhe rein. Wenn ich mal wieder irgendein Char-Level oder sowas... ...hat ja schon eine kleine Starthilfe. Uh, geil. 300 Schaden schon. Finde ich super. Ach, da ist Pferd, so. Juhu. Oh, cool. Was hat das Abhängigkeit? 25 Sekunden. Okay, ich muss mir merken, ich habe das auf 2 und nicht auf 1. So, linke Leichen rum. Nein, was müssen wir jetzt machen? Uh, die Spinne. Sehr gut. Ah, die Spinne, die Spinne, die Spinne. Die haben es nicht überarbeitet vom Großkampf her. Da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht. Irgendwie ein bisschen kleine Abwechslung drin. Den Magda zum Beispiel, die haben es ja ein bisschen anders jetzt gemacht. Da hinten steht oft eine Truhe da auf diesen kaputten Steindingen. Und einfach hier die Leichen durchsuchen. Hier hatte ich auch schon öfters so dieses Tagebuch drin. Oh, sehr gut. Fast 300 Schaden macht man jetzt schon. Ist ja super. So, wie gesagt, hier auch einfach schnell zur Spinne durch. Sehr schön. Seht ihr das? 900 da. Und das Ganze aber nicht kritisch. Oh. Da ist er da hin. Da ist er hin. Hey, die Spinne war im Weg. Was soll das? Oh, sehr schön. Die alten und die neuen. Oh, ja. Was gelbes. Irgendwie habe ich mich jetzt nicht vom Fülleck bewegt. Ja, aber kommen diese kleine verdammten Mistfiecher her. Ach, das sind ihre Exs. Ihre verdammten. Deshalb. Die haben 7000 Leben. Die wollen einfach nicht sterben. Ich glaube, der bekommt aber nur einmal Schaden, oder? Davon werde ich noch lange erzählen. Ist mir jetzt zumindest zuvor gekommen, als ich da mit dem Pferd durch bin. Schade. Ich dachte, wenn man das ein bisschen hin und her breitet, bekommt das Ding öfter Schaden. So. Gehen wir einfach schnell weiter. Dann sind wir ja schon bald Level 2. Wahnsinn. Das ist wieder so eine fette Spinne. Jetzt habe ich nicht geschaut. Wie viel hat denn diesen Champion gerade ein Leben gehabt? Das muss ziemlich viel gewesen sein. So. Uh. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Oh. Und ich brauche dringend auf Tornenschaden. Damit ich diese Fähigkeit dafür zu mehr nutzen habe. So. Mal die kleinen Mistfäts da dürfen. Sehr gut. Da ist wieder einer hin. 2. 3. Ja. Ich sehe da immer nur einmal die Zahl aufkloppen. Schade. Schade, schade. Ich muss nur einmal Schaden machen. Sehr gut. Lauf mir auf das Feuer. Wir sind ja nicht so. Okay. Geht es hier vielleicht schon zum Boss? Boss, Boss, Boss. Das ist verdammte Spinne. Das ist verdammte Spinne. Manche Körbe wechseln sich aber nicht vom Fühl. Leck. Wo kam jetzt das Gold her? Ich habe keine Ahnung. Monster-Massen So, einmal da zack, rüber Nein, hier ist ne Sackgasse Ja, wenn du dich hier schon runterlässt Oh, ein Brunnen, ein Brunnen der Reflexion Erhöht die, ähm, gewonnenen EP um 25% für einen gewissen Betrag Ich find das super Dass dieser Brunnen da jetzt auch im Spiel ist Oh, schau mal, was wir hier haben So, da Oh Habe ja doch auch meine neue Fähigkeit vergessen Verdammt doch mal Die macht dir den Ultra-Imberschaden Hier Hier verdammten kleinen Spinnen Geht weg, ist halt lästig Ja, komm her da, du So, hin seid ihr alle Oh, sehr schön Zum Heiltrank sag ich nie nein Wieder ne Sackgasse Was soll denn das hier? Das hab ich gemeint Man wär viel schneller durch Und Wenn man da immer den richtigen Weg gleich finden würde Das ist auch der Grund Wieso ich halt wirklich diesen 1 Stunden Erfolg der noch nie geschafft habe Toll Ist auch eine Sackgasse Äh, lass mich mal kurz schauen Vielleicht da hinten geht's weiter Schauen wir mal Öffern noch Banzo war Das ist ja was drin Vielleicht geht's wirklich da hinten weiter Ich hab keine Ahnung So, nur im Erkopf schauen Dass die Aufnahmen nicht so lange werden Gibt's ja nicht Da, da, da Da muss ich echt nochmal da rum Seht ihr? So was ärgert mich Da, da muss man dann ungewollt Den ganzen Bereich da irgendwie abklappern Naja Kann man halt nix machen Dann muss es ja irgendwo da hinten weiter gehen Sind hier auch keine Gegner Man merkt schon den Unterschied Meister, Profi Ups Die Monstermassen sind hier doch gering So Das gibt's ja nicht Noch eins tiefer Da unten geht's dann auch weiter Hm Hierbdo Gold, sehr schön Ja, lass mich in Ruhe Gibt's das jetzt auch? Da was sagt er Ist da was? Sagt er sie Vielleicht da hinten weiter? Ja, 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 ja Kammerwurf Schauen wir halt mal da zurück Ja, ich habe schon gesagt Ich bin gerade am Neu-Modus machen An diesen Würfelchen sammeln Ähm Oh, sehr schön Noch ein Brunnen Gefällt mir Ja, die stacken über die Gans Man kann keine Ahnung Und wenn man 100 Brunnen anklingt Dann stackt das Nur Moment Ich baue dich nicht auf Hier, so Nur das steht auch Dieser Effekt geht beim Tod verloren Das heißt, sobald man tot ist Verliert man dann Alle Aufladungen Muss sagen War nicht schlecht Beim Barogon-Leveln Da hatte ich den Eigentlich immer Dauer aktiv Das und dann spielt man So auf Qual 4 Also da geht dann Schon wirklich die Post ab Wow Habt ihr das gesehen? 2.500 Schaden Und das war nicht Normalt richtig Einfach geil Irgendwie Weiss ich nicht Der reitet nicht sofort los Muss doch irgendwie noch Ein bisschen den Dreh rausfinden So Oh Was haben wir hier Eine verflugte Ruhe Diese Feinde sind unglaublich Sehr schön Ja da geht es jetzt darum Na Last nicht Hier Stopp 3 Sollte die Gegner wie möglich umzubringen Wenn man es schafft 100 Gegner umzubringen Da bekommt man eine Bonusruhe Wahrscheinlich schaffe ich ja nicht mal 50 derzeit Nein ich könnte 100 haben Verdammt 78 Ja das Eliteback Ich hätte zuerst töten sollen Ja die haben mich leider Bisschen aufgehalten Schade Ja wenn man die 100 schafft Gibt es hier noch eine Bonusruhe daneben an Na So Man merkt auch die 15% Bewegungs Defizit Wenn man Zweihandwaffen tragt Ja Bla bla Da nachher den Ammer irrschaft Ha ha ist das geil 30 Sekunden nur Wahrscheinlich kann man Vielleicht irgendwie Dann auch die Abklingzeit hier Entweder mit Runen Senken Zur Not Oder mit der Ausrüstung Und gleich wieder Level up Super Ja ja ich helfe dir schon Wo ist sie 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 hier sehen Ah, auch wenn ich nicht durchkomme, ich mach trotzdem den Schaden an ihr. Sehr schön. Uh, 2700, super. Ihr seht, die hat auch 59.000. Das hat auch recht viel Leben. Obwohl ich jetzt, glaub ich, eh schon. Ups. Mehr ist das Doppelte, Mache, als beim Skelettkönig. Ah, die bekommt trotzdem Schaden, auch wenn ich dann in der Nähe stehe. Interessant, okay. Und nochmal das hier. Sehr schön. Hier gefüllt es das. Oh, eine neue Bar für die Fertigkeit bekommen. Sehr schön, wir müssen uns dann gleich anschauen. Na, wo bleibt ihr? Ich hab oft das Gefühl, dass ich diesen Schar im Mob feststecke. Kommt das nur mir so vor, oder? Oh. Spinne töten. So, gut, den Zorn aufladen und dann gebe ich 1500 mit der Pflegefähigkeit. Sehr schön. Ja, ihr seht, laut, urlange. Ich kann einfach im Gift stehen bleiben, ohne Probleme. Leid, bleibe im Gift stehen. Und, legendäre? Ihr werdet ihr Gift brauchen, um diese Netze aufzulösen. Schade, 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 kein legendäre. Ach, das Gift, sorry. Madam. Neues Wissen. Blah. So. Ja, komm, hau mal ab. Quatsch nicht rum. Lass mich raus. So. Sehr schön. Und, gib mir eine neue Quest. Gib sie mir. Es war schrecklich. Gut. Ok, ok. Was haben wir hier? Niederstrecken. Ähm, Streckgegner, blablabla. 15 Meter Entfernung mit heiligen Ketten nieder. Ah, ok. Die Ketten springen ja über. Äh, von den Ketten getroffenen Gegner hat man eine Chance, um 20% eine Sekunde lang bewegungsunfähig gemacht zu werden. Ok. Ich werde einfach nochmal die Ketten nehmen, was man exportiert und fügt Gegner im Umkreis von 3,20% Waffenschaden zu. Schaden ist mir immer lieber. Es hört einfach nicht auf, oder? Ein gesegnet Schild. Schleudert euch ein Schild. Der getroffene Gegner, äh, 280% Waffenschaden sowie 52% der Blockchance, als Schaden zufügt. Aha, springt auf drei Gegner über. Aber gut, kann ich derzeit ja jetzt nicht nutzen, weil ich ja natürlich eine Zweihandwaffe benutze. Äh, Lebensregeneration um 18 erhöht und reduziert jeglichen nicht-physischen Schaden um 5%. Ah, sehr gut. Oder Primärfertigkeiten erzeugen zusätzlich drei Zorn. Sehr schön, maximaler Zorn um 3 erhöht, auch gut. Erhöht die Dauer von Ruhm der Nephalle um 30 Sekunden. Äh, muss ich schauen, was das für eine Fähigkeit ist. Wenn sich mindestens vier Gegner im Umkreis von 12 Meter um euch herum befinden, wird eure Blockwert um 30% erhöht. Ah, auch nicht schlecht. Da macht es dann ja wirklich schon Sinn, später wirklich da ein Schild anzuhaben. Also wirklich die Fähigkeit hier reinschmeißen, Zweihandwaffe an, Schild rein. Und gib ihm, was ist dieses Ruhm der Nephalle? Nephalle. Hm, ne, ne. Himmlische Verstreckung, Niederstrecken. Schwungangriff, geleistete, Richtnurteil. Ich habe das gar nicht hier drin. Erhöht die Dauer von Ruhm der Nephalle um 30 Sekunden. Ach, das ist dieser gelbe Orb, den man aufsammelt. Ach, okay, dass man das länger anhält. Ja, am besten nehme ich einfach das hier. Erzeugt mehr Zorn, ich habe mehr Zorn. Ist immer drauf wahr. Ah, okay, jetzt dachte ich, was ist denn rum, der Nephilim? So, ende ich das Fliegenteil. Was Neues wissen, zack, weg mit dem. Dann würde ich sagen, verende ich nicht gleich mal die Folge, wenn ich da alles hier getötet habe und die Kiste auch noch geöffnet. So, dann stelle ich mich noch auf die Brücke. Hier müsste ja nun mal auch irgendwo noch einer kommen, oder? Jawohl. So. Okay, ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Diesmal Spinnenkönigin umgebracht und so weiter. Kann man ja gut verleihen. Das heißt, der nächste ist jetzt schon der Schlechter. Schlechter, jawohl, der Schlechter schon und dann sind wir eh schon bald Akt 2. Mal schauen, ich will schauen, dass ich jetzt nicht mehr als zwei Folgen dafür brauche. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst doch einfach Abo, Kommentar, Daumen, Hoben da. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos, dann sage ich auch danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge ein, also macht's gut, ciao, euer Grafus. Schaltet auch in der nächsten Folge.